Heute mal eine etwas andere Folge Let's Catch. Und zwar kann ich nicht sprechen. Servus zu einer neuen Folge Let's Catch. Heute aus Stuttgart und ich kann die Dose nicht live kommentieren, da da drunten sich ein Muggel befindet. Und weil ich nicht den Muggel da drunten aufmerksam machen will auf die Dose, muss ich halt das Ganze nachkommentieren. Dafür aber ist die Dose richtig, richtig geil geworden. Und zwar bin ich in Stuttgart und sitze hier auf einer Bank. Und an der Bank sind zwei Kontakte. Und wenn man an diese Kontakte einen 9-Volt-Block hält, dann hört man so ein kurzes Klicken und dann geht da ein Schloss auf und man kann da neben dort einen Schubladen rausziehen. Und ich bin natürlich der Spezialist dafür, sich blöd anzustellen beim ersten Versuch. Und drum haut das erstmal nicht so richtig hin. Also nochmal kurz Seitenwechsel. Zweiter Versuch, das Ganze aufzukriegen. Und dann machen wir einen richtig schönen großen Schubladen auf. Und da drin befindet sich auch eine richtig große Dose. Ein TB-Hotel mit vielen TBs drin, die dann auch alle begutachten können haben. Und eine super Schublade, also eine richtig klasse Dose. Viele Grüße an den Owner, falls ihr das Video seht. Wir sehen uns dann natürlich wieder in demnächst bei einer neuen Folge Let's Catch. Wie immer, ihr wisst schon, in einer oder zwei Wochen. Nachdem wieder halt die Videoproduktion hinhaut. Servus.